Kloster! 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 Kloster? Hi! Wie wollen wir beten? 2 Autos! Gut! So viele Hälfte schon! Keine Schöne! Oh Gott! Wie hältst du? Legst du dir ja nicht zurück? Jan, du machst mal hier einen leichten Spot. Bleib mal hier mit. Der Rest wird jetzt erstmal mit hier rüber kommen. Bleib mal in die Stadt hier noch mit. Soll ich mal in der Mitte bleiben? Ja, du kannst hier mal nicht hinstellen und hier reingucken. Der Transpiret darf und soll er dort sein? Der Rest wird jetzt alles verholt sein. Verstanden. Doch, genau. Mein Planwert ist sicher sehr hoch. 28, 26, 28, 28. Von mir hat es ein bisschen eingeschlagen. Wo wir sind. Geht. Es war leid, ja. Ja. Ja, die Stadt ist leider davor. Jetzt hätte ich so ausschließen. Bei Kugelsproblemen haben. Ehrlich. Ja. Die können nur gesagt, wenn sie nach stehen, dann kann ich das nicht vertreiben. Geht mal drauf schießen. M8. 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 Ja. Du siehst hier aber wegschieben. Ausflüssen. 20, 20, 20. Ja. Hier auch ab. Das ist nochmal beim Laufküssen. Ausflüssen. Machst du das noch mal bitte? Oh oh, das ist in der Mitte. Könnt ihr auf den Headster hören? Ja. Du hättest... Hättest du hier oben. Dann bleibst du da oben selbst. Bleibst du da oben selbst. Bleibst du da oben selbst. Bleibst du da oben. Wir haben uns ja da. Hättest du was raus. Ich bin noch hochgerufen. Ah, da kommt ja meiner oben. Ah, der ist oben, oder? Du bist jetzt eigentlich nicht bei der Ops. Ja, genau. Bleibst du dann da oben. Mit dem T28. Try it or me. Jo. Ich habe jetzt selbst einen Seenrillen. Ja, und trotzdem die Hetzer. Letzt du weiter aus dem Land aufziehen lassen. So, jetzt ziehe ich mich auf einen anderen Hetzer. Ja. Ja, heik. So, Stefan, wie trau ich denn jetzt mal? Du kommst nur hier her, wo ich stand. Ja, gut. Dann komm mal jetzt hier rüber. Das wird doch ein bisschen dauern. Ich bin aufgegangen. Gib Stoff. Warum bin ich jetzt auf? Was ist denn hier rum? Den M2 Light. Den M2 Light, ich denke. Du musst hier als extreme Sicht haben. Das ist jetzt nicht gut. Der steht da oben. Okay, dann bleib da oben. Bleib da oben. Ja, ich kann es mal großartig. Der wird doch nicht schießen. Ja. Der wird doch noch. Der wird doch noch. Der wird doch noch nicht ran. Ich hab ihn. Schönen. 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 Soweit vorgezogen. 4D. Du musst mal mit hier rüber. Ja. Das mach ich jetzt. Ich mach jetzt. Ich mach jetzt. Ich komm an die Haare. Kommt da zwei Hetzer? Der? 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 extra hetzer 30 wieder zurückfahren zurück ah gut ja aber ich glaube Ja, der andere Hälfte, der ist ein wichtiger Hälter, kann ich nicht probieren. War das die Erste? Jo. Das ist dann ein kleines Schuss. Zu bratsch. Kommen die an den anderen Hälfte? Ja, hab die schon. Okay. Sind dann der Tunerspärs? Na ja, probier den heute hoch. Also wenn ich jetzt aber schieße mache, dann bin ich raus, oder? Na ja, was kann ich jetzt? Keine Ahnung. Mein Meister kann mir jetzt keinen anderen mehr fangen. Ich probier mit den anderen oben, um den Kloster aufzumachen. Wo wollen wir jetzt? So. Bei Mathildas bleiben hier. GW2 und T28. Ich bewege mich jetzt langsam mal hier vorwärts. Ich eisle aber so, dass man hier ist. Von da aus kann es nicht ziehen. Ich weiss nicht. Ähm. Du, die, die zwei ... So. Ehm. Und der. Ich hab mal eine Frage. Du zieht euch mit dem Proleuchten zu stellen. Welchen willst du? Ich muss klar hinbekommen. Gut, ey. und dann noch die 2 soll bei dem p28 zu spon, bitte. ok da kommst du. schön. schärfen kannst du kannst das ding zu tun. ja, aber allgemein, weißt du? das siehst du, der spricht von dir. einfach weiter fahren, auto-aim rein und abschieb. ist raus. hetzer schießt mitte von der stadt rüber irgendwo. kette gezogen. desu, irgendwo hinten beim turm, steht sie. ja, da kann vielleicht die art hier rein drücken. ja, ich bin leider raus. von wem? ah, der hetzer. ne, desu. ne, desu. ne, doch, desu, hast recht, ja, entschuldigung. das wurde ein bisschen dran, weil er doch kurz hier angemessen. warum ist der bisschen nicht aufgekommen vorher? ne. äh. 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 das ist alles Cap einsehen. ich hab Schere drauf. ja, ich hab Schere drauf. ich hab Schere drauf. ich hab Schere drauf. ich hab Schere drauf. Cap liegt ungefähr auf der Hälfte. aber du nicht wahr rüber. ich, äh. ne, mich langsum der erste. da war auch gehetzt auf die Sicherheit dahin nach hinten ziehen. irgendwie. mhm. wahrscheinlich steht er eh schon da drin. wahrscheinlich steht er eh schon da drin. ja, es ist möglich, dass der hier oben schon steht. ja. mhm. ist aber hier. möglich, ja. mhm. so gut. z.B. da, wenn ich in die Kuh reinfangen würde, äh, hier ist der Bergweg drunter. da kann er dich nicht sofort anschließen. mhm. 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 ja, die wirst du so auch nicht aufrügen. mhm. mhm. ja, dann ist er in der Stege auch. du kannst die oder in den Busch fahren. halt in der Stege. hast du mal. chr. wo ist er denn mal da runter? mhm. mhm. ja, dann, äh, dann lag er das anders unten. Ich kann nur 6 Minuten. TV2, du kommst zurück? Ja, du kommst wieder zurück zum Peter oder Matilda hier hoch. Das hat die Sinn davon. Du kriegst die nicht aus, bevor die sich hören bis Kottelkampf. Von hinten meine Stadt rein. Moin. Moin. Wollt ihr eine 50-Württenspiel machen? Also... Fahrt einfach raus. Nicht so! Nein, doch nicht so cool! Ey, du fährst grad voll in die... Wenn jetzt oder jetzt passiert, dann kann der Vorderbiss durch. Junge, sei leise, Mann! Wollen wir doch hier hoch und vor den Weg zurück zurück. Genau. Ja, ich mag sie übertreiben. Ein Wald fliegt in Brunnen. Ich guck's jetzt zufrieden. Ja, haben wir. Aber noch... Wankolo, haben wir dich neulich abgeschossen? Ist der Debit 2? Ja. Aber ne, wir haben vorne noch ein paar andere Pflanzungsgeräte. Hör, warum nicht? Hör. Schmeckt mal, hey, nun, wie es geht vorbei. Ja. Warum nicht? Jör. Ich hab' nur wie dein Kleiner will heute aber auch wieder nicht im Spot oder im Zett oder? Ja, ja. Ich hab' auch nicht so viel zu machen. Okay, dann bleib' ich hier oder? Ja ja. Kommt aber, wird aber nicht rauskommen. Nein, klar. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir uns jetzt rauskommen. Ich hab' ja nicht den Vorteil. Problem ist, dass die Sicht leider zu gering ist bei ihm. Ja, Hetzersichtweite ist aber auch nicht großartig. Hetzersichtweite ist aber auch nicht großartig. Hetzersichtweite ist ziemlich gering. Wenn er ankommt, sehen wir ihn auf jeden Fall eher. Aber wenn er spät ist oder so ein bisschen lag, kannst du nicht so etwas sagen. Die russische Apollonie ist aber auch sehr gut im Nachkampf. Was hat jetzt geschossen? Bei wem? Bei wem? Irgendwas geschossen wird. Ja, bei wem? Wir nicht. Aber wenn du was gehört, weiß ich nicht wo. Der flug ist hoch. Ich müsste ihn erst fragen, ob wir was runter machen. Ah, jetzt so. Und wir noch mit W2. Soll ich dann auf der rechten Seite vom Fluss sagen, kämpft durch, dann auf der rechten Seite vom Fluss? Kannst du, muss auch der Peter, muss zum Baby, ich weiß nicht. Auf dem Weg? Ja, da fährt unten lang. Oh ne, hätte ich nicht mehr. Oder soll ich unterstützen zu den anderen? Okay, du kannst hier nicht langfahren. Die Artillerie wird jetzt nicht so mit Raus aimen, wo der Hitzer langfährt. Ja, könnte sie sicher sein. Na, ich brauch nur was. Oder nie, komm und hoch, komm und hoch. Oh ne, ne. Hm. Ja, genau. Du hast doch HE. Muss HE dann aber durch sein. Ja. Der hat mich rausgekommen. Okay, dann... Uniform mit hoch. Ich hätte auch auf ihn geschossen. Ist mir nichts passiert. Kettere suchen, ich hätte auch nicht sein. Ja, ist links. Ja. Er müsste links sein. Ja, aber da warte kurz auf mich nicht, dass wir da eins noch auf den Penkel noch sehen. Äh, äh, rechts, ähm, rechts. Da ist ein Wasser drin. Wasser drin. Genau. Da, genau. Da, genau. Schießt hin. Da, genau. Komm rein. Sauber. Super. Ja. Servus. 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 Was hat das bekannt wie Besikt? Alles fit? Alles gut für euch? Jo. Und, wie ist dein Clan? Oh. Cool. War letztes neue Kanone da. Besiktionskrank war 18%. Aber es war... Das waren die gleichen, wo vorher auch die Odemortis nicht dabei waren, die haben uns gewechselt. Ach, deswegen waren die bei uns jetzt hier oder was? Ja, gucken Sie sich das an. Alter Schleppboden. Na, Peti? Was? Alter Schleppboden. Kann man aber nicht gehören. Wirst du schon wieder in die Tornhalle, Peter, oder was? Nee.